Herzlich willkommen bei Runners Point. Die neuen Laufschuhe sind da aus der Saison Frühjahr-Sommer 2011. Und für euch habe ich mitgebracht den neuen GL1160. Auch ein der Klassiker im Stabilitätssegment der Firma Essex. Besonders toll das Preis-Leistungs-Verhältnis, was auch wieder bei diesem Schuh hervorragend gelungen ist. Wenn wir uns mal das Obermaterial anschauen, sehr grobporiges Meshgewebe, sorgt dafür viel Atmungsaktivität. Die ist ja gerade jetzt im bevorstehenden Sommer gefragt. Das Zwischensohlenmaterial besteht aus Spewa Special EVA, also ein spezieller Schaum, der für eine sehr weiche und sehr angenehme Dämpfung sorgt. Große Flexkerben in der Außensohle, sowohl im Vorfuß als auch im Fersenbereich, sorgen für eine sehr angenehme Abholbewegung. Und die genötige Stabilität erhält der GL1160 durch die moderate und bekannte Duomax Pronationsstütze im Innenbereich, sowie die Trusted Mittelfußbrücke. Auch der GL1160 verfügt über zusätzliche Dämpfungselemente, sowohl im Vorfuß als auch im Fersenbereich, ist jeweils zusätzlich ein Gelelement eingebaut. Wir würden den GL1160 besonders gut für Laufeinsteiger empfehlen oder für Läuferinnen und Läufer, die leicht überpronieren. Ja, und wer ihn haben möchte, schnell in unsere Filialen gehen oder unter www.runnerspoint.com nachschauen. Dort könnt ihr ihn auch bekommen. Und dann könnt ihr ihn auch bekommen.